herzlich willkommen vor der weblöser von mir für euch meine damen und herren heute schauen wir das lied von dem angst ein es gibt dazu leider kein musikvideo deswegen muss ich auf einen anderen kanal zugreifen zumal an der stelle es wird aber dann der hat unten von dem kanal wo ich das jetzt angucke und projekte die lyrics drunter geschrieben deswegen link von dem kanal und dem song unten dieser vorschlag kam auch vor ein paar leuten und nur kurz so treffen hier oder so kurz abhaken geschafft wo habe ich den jetzt ich habe alle war der mario scosio auf alle fälle nee wort mal fack wer hat denn sich das gewünscht das war alle fälle übelst weit oben eine leckung das ist jetzt eine gute frage ihr seht schon ich habe den totalen überblick von allen wer sich irgendwas gewünscht hat beste vorbereitung er war das ist ja scheiße es haben sich doch welche angst gewünscht ihr seht schon ich bin hier super sturm und alexander mahon dem angst hier stimmt aber noch jemand das ist jetzt eine gute frage ja gut ich kann jetzt leider nur die die zwei größen tut mir leid an der stelle aber da waren noch alle fälle mehrere leute das tut mir leid an der stelle wenn ich jetzt irgendwelchen irgendjemand vergesst oder so es tut mir leid also super sturm und alexander mahonen hat mich geschrieben dieser name ist vom breaking prison break so was jetzt bescheid weil mir kriegt ihr die geilen infos nichtsdestotrotz wenn sie das nicht schmälern es tut mir trotzdem leid für die leute die sich das auch gewünscht haben und ich jetzt nicht namentlich erwähnt habe ach so warte mal warte mal warte 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 es haben sich welche ich habe sie bei diesen lastman standing fortnight song von dame waren ja welche die sich den song gewünscht haben in den kommentaren die kannst du jetzt grüßen grüße rausgehen einmal maya kian games and fun und star war star 113 wars die haben sich den song gewünscht hier oben und so habe ich das hoch gemacht ich habe das natürlich raus kopiert muss sein trotzdem finde ich jetzt den anderen scheiß nicht fuck gut falls jemand ich eben vergessen habe schreibt es in die kommentare tut mir leid echt leid an der stelle auf der mainliste habt ihr habt ja gesehen die ist endlos nicht so trotz wollen wir jetzt mal anfangen mit dem geilen video ich bin der kund warum du kaum noch schläfst ja du wurdest von mir aus erwähnt ich komme heute abend zu dir wenn es klingelt doch keiner bei dir vor der haus zu stehen okay alle fälle dem untypisch für das was ich jetzt alles schon gehört habe facettenrecht um easter auf alle fälle du ich bin da gekommen um dich in den wahnsinn zu treiben bereit über den zaun zu klettern entschlossen bei dir in den garten zu steigen bin ich erst da will ich panik verbreiten wir sind uns nicht vollkommen fremd ich betrachte das offene tor der garage mal als ein willkommenes geschenk du kannst die fenster verriegeln und türen versperren doch ich finde den weg die das fürchten zu lernen und ich höre damit sicher nicht auf wie sie anfangen dich für verrückt zu erklären denn ich bin das klopfen das dich nicht mehr schlafen ich bin ja gut ich bin mal ich bin mal auf die hohe gespannt ich mir mal es geht anscheinend darum und den song dass der jemanden etwas einschüchter und angst machen will wie der titel es schon verrät aber ok ich bin gespannt wie jetzt die hook wie das komplett das ganze musikwerkwerk wirkt der beat ist alle fälle nice da kannst du echt sagen was du willst wird man hat doch ich glaube ich jemand mal er hatte auch so ein halloween-song gemacht oder kann das ist es ist es der song angst oder es ist ein anderer gewesen ich glaube hatte ja mal in die kommentare geschrieben dass so ein halloween-song gemacht hat sie haben auch den wm song von 2014 angucken ist notiert natürlich ist klar aber ist es der 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 halloween-special-song oder ist es ein an oder gibt es dann anderen oder verwechsle ich das wieder mit einer anderen künstler ich erwarte es doch nur irgendjemand am telefon atmet wenn du gelegentlich bad ist und wieder von selbst der cd player startet weiß ich du kannst mich nicht mehr bändigen der pinsel liegt offen am fenster sind ich liebe es nicht so zu sehen während die farben noch vor meinen händen rinbel die bilder die an deinen wänden hingen plötzlich an einer anderen stelle sind und die gesichter darauf sie sind schwarz über mal glaub mir wenn ich mit dir einmal fest ich will mir so nie wieder einen schritt in der typ will alle fälle jemanden angst machen der kleine der kleine dame ich bin echt überrascht das erinnert mich an den rapper rockstar kennt ihr den der sohn von das ist der jene sohn von badesalz glaube ich von den etwas dünneren war also für die älteren herrschaften badesalz war ja so ein dünner und sind etwas kräftiger so ähnlich wie bei mundstuhl und von dem dünnen der sohn ist macht quasi so broadcast gaming zeug im internet und hat auch drei mixtapes ein album rausgebracht nörd revolutionen fach wie ist das andere das album scheiße wie fällt der name gerade von der album ein der der oster was rauskommt wie in den ebensohn auf so ein mixtapes kosten zum downloaden war auch so nach rausgehauen wie ich weiß gar nicht wie ihr das schreiben könnt wie man sagt ich sag es mal in den seinen worten wie man fotzen fickt und andere und anderes und anderes zeug und so ähnlich finde ich das auch hier wie ein hühnchen gackern nice also schau wie er versteht im vergleich mit dem mit dem rockstar wer sagt ja ich weiß nicht wie ihr das schreiben können aber sagt dann trotzdem diese lines und haut die dann einfach so raus und das ist dann halt die pointe an den ganzen an der ganzen line da aus raus und sagt dann im endeffekt dann damit ich weiß gar nicht wie er das macht deswegen ich war gerade deswegen habe ich gerade so bitte daran erinnert so wie hier ich bin komplett überrascht also das jetzt überhaupt so was raushaut so ein düsterer natürlich nicht ernst geweihter ist ja dem ist der kind gewalttäter in dem sinne nur lyrisch deswegen ich bin aber ich finde es nice da geht er manchmal geht er hoch mit seiner stimme geht runter dann geht es ganz halt zack 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 haut da die bars raus ich bin jetzt eine ganze seit stunden die gleichen punkte an start ich habe mich längst entdeckt und wittert meine spur du hast das ticken von der uhr danach die schritte aus dem flur ich glaube ich hält allein mein mythos waren das pfeifen aus dem lüftung schach leg dich nicht mit mir an oder du endest im geflügel fach der horre zieht sich stundenlang beginnt mit sonnenuntergang jeden tag stehe ich im bad und warte vor dem duschvorhang warte von duschvorhang wie ist der film psycho der schwarzweiß film mit dem duschvorhang wo du dann nur die die den schatten siehst von der person mit dem messer dieser legendäre diese diese frau die dann schreit et cetera dieser legendäre ausschnitt der auch glaube ich bei welcher youtube kann er verwendet ich glaube filmfabrik oder film moviepilot irgendwie sowas ich glaube in der intro sequenz sieht ja auch diese diesen ausschnitt mit der frau darauf ist diese line bezogen wahrscheinlich von psycho oder psycho immer wenn man das wie ich das deutsch nennen will da hat er ganz schön viel vergleiche von horrorfilmen so raus kann das sein ich habe wahrscheinlich wieder übelste ähm äh referenzen zu horrorfilm wahrscheinlich übelst wieder verpasst so wie ich mich kenne natürlich ich pfeife mich im spiegel zu sehen doch es wird nicht passieren weil ich hinter dir stehe und wenn du versuchst dich zur seite zu lehnen kannst du sicher sein dass ich mich mit dir beweg sobald es mitternacht schlägt macht es spaß sich zu quälen und dich in einer art von ekstase zu sehen denn ich bin erst zufrieden wenn du entscheidest von dieser welt abschied zu nehmen und zurecht erzählst du deinen freunden davon so vielen hat mich schon die freude genommen messer und rassierklingen haben durch mich eine neue bedeutung bekomme ich bin der haut er nochmal hier dann packt er nochmal ein paar lines aus du ein paar reime achso hat mir ja auch einer geschrieben bei oh fuck ich weiß nicht wer es geschrieben hat dass bei dem song von dem tapeten wechsel ich glaube der erste part ein kompletter reimen sein soll den ich anscheinend nicht mitbekommen habe ich pfeife schon wieder tut mir leid an der stelle tut mir leid an der stelle ihr seht ich lese mir die durch ich habe sie auch beantwortet deswegen immer schön aktiv bleiben in der community und vielen dank für die leute die überall aktiv sind auf facebook instagram sogar jetzt welche auf dem discord gekommen wo die discord overlay nach wahrscheinlich schon ein bisschen ja gut reden wir weiter reden wir weiter muss ich mich noch mal heransetzen alles sauber mit der zeit alles mit der zeit was war dann noch was war dann mit der schaufel schaufelt direkt ins genick und dann nimmt auch gleich die schaufel mit jetzt muss ich mal die lüres gucken also ich verstehe die leiden über also ich verstehe schon gleiche lüftung schach das mit dem lüftung schach war auch übel krass das mit dem stimmen wechsel dass er quasi so so flüsternd das das singt dann performt also oder war da hier rassen lasse ich meine da der dich zum bau es schickt und sagt was zu kaufen ist die schlaufe vom strick passt genau passt genau ums Genick und dann auch gleich ah ok 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 die Schlaufe ich hab auch bei der Schlaufe Schaufel verstanden deswegen ah der sagt ja nimm die Schlaufe vom Strick passt genau ums Genick und nimm gleich die Schaufel mit ah ok 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 gut ich war gerade irritiert ich hab zu mir mal Schaufel verstanden ok dann macht es natürlich Sinn ich war gerade übelst irritiert die 20 Sekunden Pause ihr wisst Bescheid ok kein weiter ok das war der Track ich finde den mega nice wo war das mit dem Flüstern die Stelle war war ja auch übertrieben das mit dem mit dem Lüftungsschacht habt ihr doch vor uns gelesen mit dem scheiß Lüftungsschacht fick alter das durchfragen als wie ich eine Referenz vom Psycho wie ich es gesagt habe ich werde wahrscheinlich die Lüftungsschacht so unten verwenden fuck jetzt finde ich das mit Lüftungsschacht kacke aber ihr wisst ich hoffe ihr wisst was ich meine ich finde den Ausschnitt jetzt mit dem Lüftungsschacht sonst wäre ich jetzt hier nochmal hätten wir gesucht den fand ich auch übertrieben also den fand ich ja übertrieben krass männlich ich bin erschreckend durch den Lüftungsschacht oder so ähnlich gegen die Stimme also gegen gegen die Laien aber da hat dann die Stimmenfarbe komplett geändert dass er so leise und so wie es ja ein flüstern war übertrieben gut in Szene gesetzt also den Track fand ich nice gibt es ein Like auch wenn es nicht der im Records Kanal ist wie gesagt ich werde wenn ihr Bock habt werde ich die Lyrics also ich werde es eh komm scheiß drauf ich werde es eh machen ich werde die Lyrics unten in der Infobox reinkopieren dass ihr es durchlesen könnt wenn ihr Bock drauf habt so dann werde ich halt den Song verlinken also wo ich es her habe den Kanal werde ich verlinken wo ich es her habe dann werde ich dem dem Dream Records Kanal also den Kanal von dem kopieren ich gönne den Bruder sind hackt deswegen Social Media von mir werden verlinkt sein so wo habe ich die Klärer bauken fuck ist nicht hier oben irgendwo fuck Alexander Mahoney hieß der alle Fälle da erinnern wegen Prison Break ihr wisst Bescheid und fuck wer war es noch oder war Horror Clown das Special auch gut möglich auch gut möglich alle Fälle ein Lied von Dame war irgendwie so ein Halloween Special ich weiß nicht mehr ich weiß nicht mehr welches fuck ich bin schon dran vorbei ich will es schon ich sehe es kaum alter ich bin dran vorbei schon gut dann tut es mal an der Stelle für den Ehen ich habe es leider verkackt yo tut mir leid tut mir leid Christian Müller ne fuck ich habe es ich habe alle Fälle am Anfang gegrüßt ihr wisst Bescheid ich wollte es eigentlich nochmal machen aber ich habe es nicht verkackt in dem Sinne der Track definitiv geil wird alle Fälle nochmal gehört bei ihr wisst like star ich bin komplett begeistert war das irgendwo auf dem Album drauf alles klar war das irgendwo auf so einem Album drauf oder war das auch so ein Solo Track ich weiß es halt jetzt nicht das Ding ist von 2016 da könntest du wahrscheinlich auf Straßenmusikant drauf gewesen sein ja genau 2016 kam Straßenmusikant 2017 kam ja diese Zukunftsmusik und dieses Jahr ja gut mal gucken was da kommt ich kann mir gut vorstellen dass Hello also Horrorclown das Special war ich bin komplett begeistert ich fand ich fand du nice komplett die Schicht der Durst gesplittet mit dem Stimmenform wechsel nice ihr wisst was ihr tun habt Kritik Meinungen Vorschläge in die Kommentare ihr wisst ihr wisst Bescheid was in der Infobox ist Grüße gehen raus an die Leute die das vorgeschlagen haben auch wenn ich wahrscheinlich ein paar vergessen hab auch am Anfang tut mir leid an der Stelle schreibt es einfach in die Kommentare ich werde dann im nächsten Day Video dann grüßen definitiv bei der nächsten Aufnahmesession haut rein macht irgendwas sinnvolles ja das war's eigentlich schon macht irgendwas sinnvolles das war's